Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Ich bin sehr pisst und wütend, weil ich hab hier gerade diese R-Up-Flasche ausgepackt. Ich hab gedacht, es wäre viel geiler, aber Leute, es ist völlig verarschung, Junge. Ich hab mir jetzt auch mehrere Videos hier reingezogen, um zu schauen, wie das geht mit diesem Scheiß-Kompott-Ding. Und ja, ich bin voll pisst auf jeden Fall. Ich hab hier 40. Und auf jeden Fall zur Empfehlung hier, das ist scheiße. Meine Mitschülerinnen haben auch so eine R-Up-Flasche. Die sagen, 40 ist nicht gut oder dieses Ding halt. Keine Ahnung, was das ist. Und sie haben halt gesagt, es ist nicht gut, auf jeden Fall das nehmen. Okay, ich hab's trotzdem genommen, weil ich es ihnen nicht glauben wollte. Ich hab den Salat. Aber auch eine andere YouTuberin hat auch eine R-Up-Flasche. Die hat Kaffee ausprobiert und irgendwas mit Berry und mit Cola. Und es hat einfach gar nicht funktioniert, Leute. Was machen? Was mach ich falsch? Okay, das sieht eigentlich ganz geil und hochwertig aus, ne? Ich check's nicht. Hier soll man das Ding reinstecken. Okay, zum Aktivieren. Soll man die Kacke jetzt hier hochziehen irgendwie, ja? Dann zieh ich dran und spür gar nicht. Dann atme ich ein und aus. Und spür's fast gar nicht. Ey, das ist voll die Verarschung. Also auf jeden Fall, Leute, nicht kaufen. Voll die Verarschung. R-Up sieht geil und hochwertig aus, aber... Leute, in Wirklichkeit nicht. Ich würde dann... Ich bewerte das ganz schlecht. Lass das ganz schlecht bewerten. Und ich werde die auf jeden Fall heute zurückschicken lassen, weil das geht echt gar nicht. Also, Leute, wie gesagt, kauft euch keine scheiß Air-Up-Flasche. So, und mein Freundchen, die kommt jetzt hier mit. So. Ab mit dir. Tschüss! Tschüss!